Hey, yo, hier sind was geht ab? Habt ihr wieder bestanden und willkommen zu einem neuen Craft mit Video, Leute, und heute werden wir es anfangen und ich bin wieder irgendwo gegengelaufen, na super, toll, aber es stimmt, Leute, und zwar heute werden wir anfangen, unseren automatischen, ein automatisches Lagerraum zu bauen, das heißt, wir werden Altenfeindungen, die werden automatisch sortiert, Leute, ich hab hier ein bisschen schon rausgebaut, ja, das wird natürlich alles noch viel länger sein, aber es geht ja auch erstmal darum, dass wir das Ganze hier schaffen, Leute, guck mal, wie viele Items ich hier am Start habe, meine Freunde, und zwar muss ich als allererstes, ja, für die allererste Chest werden wir erstmal zwei Dinger hier bauen, und dann brauchen wir, glaube ich, hier zweimal solche Blöcke, erstmal lasst ihr ein Like und ein Abo da, damit wir das weiter sehen wollen, Leute, wir müssen mal ganz kurz hier einen Verstärker hin, hier bauen wir so Redstone-Dinger hin, so ein Komplettantator-Tingstone-Booms, ich glaube, das sind die ersten Items, die wir brauchen, um das Ganze erstmal zu machen, ich mach so einen Double Chest, meine Freunde, jetzt müssen wir ganz kurz hier was bauen, ja, das wird jetzt ein bisschen, so, meine Freunde, und zwar müssen wir, ich hab was falsch gebaut, und zwar müssen wir einmal zwei Hopper, die hier rüber gehen, ja, dann ein Gap dazwischen lassen, so bauen meine Freunde, dann benötigen wir, ich bin noch nebenbei ein bisschen was am Gucken, und natürlich hab ich jetzt meine Redstone-Fackeln, glaube ich, nicht dabei, oder? Ja, ich hab natürlich keine Redstone-Fackeln dabei, meine Freunde, äh, ich bin doch manchmal so ein Dulli, Alter, wir haben uns mal ganz kurz hier Raketen, zwei Stück, das dürfte reichen, so, aua, das war jetzt aus Versehen, so, was sollen wir denn, haben wir hier noch irgendwo Redstone-Fackeln rumliegen, hab ich nicht Redstone-Fackeln gemacht? Nee, natürlich hab ich keine gemacht, meine Freunde, ich kenn mich doch mal wieder selber am besten, wir tun die Raketen kurz hier weg, machen wir einmal so, zack, kannst du, oh, das sind nur 32 hoch, wenn wir wirklich aus den 16 machen können, ähm, ja gut, dann mach ich mal ganz kurz hier Redstone-Fackeln draus, so, so, bam, holen wir unsere Rakete wieder hoch, oder, das ist ein bisschen laggy hier gerade, dann fliegen wir einmal wieder hier rüber, so, genau, was hier ran muss, ist eine Redstone-Fackel, warte, ich guck mich mal ganz kurz um, so, dann, äh, hier dieser Verstärker, genau so muss der dran sein, dann müssen wir hier aus, glaub ich, eins, zwei, drei rübergehen, dann brauchen wir hier so einen Komprimendator, die Dinger müssen leider hingucken, und dann muss ich einmal, oh, so, bauen, und das haben wir jetzt als allererstes gemacht, meine Freunde, hoch, jetzt hab ich da einen Hopper drin, nicht schlimm, und damit wird das Autobahn-Lagestream, ich mach erstmal zwei dick, das wird nochmal größer gemacht, aber es muss man anders bauen, ja, also, ich werd die erste Lage hier anfangen, Leute, ich werd das ganze Ding auch noch heute nicht fertig kriegen, ja, das ganze Ding werden wir dann fertig machen, wenn wir live streamen, das ganze werd ich im Stream fertig machen, deswegen, oh mein Gott, natürlich mal passiert mir das immer wieder, dass ich mich hier verbaue, so, erstmal würd ich mal sagen, wir gehen mal hier ganz weit nach vorne, meine Freunde, ganz weit nach vorne, natürlich wohl hier eine Fackel im Weg, so, ich würd sagen, guck mal, Leute, bis hierhin haben wir schon mal die ersten Items gesortet dann, dann muss ich natürlich jetzt hier erstmal, Leute, na, ihr wisst ja, wie leider wieder der Hase läuft, im Schleichen nach hinten gehen, zack, 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 jetzt werden wir diese ganzen Kisten hier verdoppeln, mäßig, ne, also, Leute, das sind echt viele Kisten, die jetzt hier erstmal rip gehen, das sind auch super viele Items, die wir dann sorten müssen, aber ich denk mal, wenn wir das Ding fertig haben, meine Freunde, ist erstmal vorbei, ja, da habt ihr euch das ganz kurz natürlich auch gemerkt, wie das zu bauen ist, ne, ihr könnt auch gerne jederzeit stoppen, um zu checken, wie das Ganze funktioniert, ich hab das jetzt einmal am schnellen gemacht, ja, ich werd das nochmal ganz kurz nochmal, komm, wir zeigen es nochmal ganz kurz nach, eigentlich muss man jetzt hier nur noch nachbauen, man muss hier wirklich nur noch nachbauen, so, hier sind zwei Doppelkisten, ja, dass wir uns ganz kurz merken, dann geh ich hier rüber und mach dann Hopper hier dran, hier dran, hier dran, hier dran, meine Freunde, ja, dann eins freilassen, hier ein Building Block, ja, ich mach Building Block, hier ein Building Block hin, oh, hab ich natürlich eben auch vergessen, dass man hier nochmal, äh, alles vor dem Redstone machen muss, hier, das muss alles vor dem Redstone sein, das hab ich eben vergessen, so, hier kommt ne Fackel hin, dann gucken wir in die Richtung, holen den Verstärker hin, werden den so bauen, so muss der aussehen, meine Freunde, ja, dann, die drei hier expenden wir, ja, also, hier die drei, dass hier ein Gap frei ist, da drüber ist einer, da drüber ist einer, dann, ne, kann mal kurz jemand schlafen, oder machen wir jetzt gleich, dann müssen wir hier diesen Kompressator, Dings, da heißt, da hinlegen, und dann wieder alles hier einmal mit Redstone voll machen, ja, damit haben wir dann schon mal das erste Ding fertig, und dann erklär ich euch gleich, wie wir das Ganze mäßig gesortet wird, ja, weil das muss ja auch irgendwie funktionieren, und zwar, wartet mal, oh, ich bin jetzt wieder hier nicht draufgegangen, muss man hier zurückgehen, schleicht hier runter an, dann müsst ihr diese Ecke hier anvisieren, bauen, hoppa, rein, zack, nice, Leute, so muss das sein, und dann kommen diese, hier hab ich die, Leute, unbenannten Slabs hier, ja, das heißt, hier mach ich rein, 1, 2, 3, 4, und dann nochmal 30, ich guck, man kann da irgendwie bis zu, äh, man kann hier 40 reinmachen, dass dann wirklich, wenn ich das jetzt hier so reinmache, zack, es geht Redstone runter, hier drin wird jetzt Redstone gelagert, meine Freunde, zack, 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 oh, ist das schön, Leute, es ist so schön, das zu sehen, Boli, Boli, Maka, Bruder, Broni, guck, Leute, es geht jetzt hier runter, es kommt hier an, so, ach, ich glaub, das ist, ja, ist das richtig so, guck mal, jetzt bleiben hier zwei übrig, ich könnte genauso gut jetzt hier noch eins reinmachen, und dann bleibt genau nur ein einziges Item hier übrig, und das landet alles hier hin, nur Redstone, och, man, geh doch mal weg hier, okay, Leute, wir müssen uns ganz kurz schlafen legen, wir sehen uns gleich wieder, okay, Leute, wir haben uns wieder kurz hingelegt, ähm, so, wir warten mal ganz kurz, so, zack, 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 meine Freunde, oh, guck mal, wie die alle hier kaputt gehen, so, das Ding werden wir jetzt hier erstmal komplett expanden, das heißt, theoretisch kann ich anfangen, indem ich die Kisten erstmal hier fertig mache, so, immer im Shift-Modus, und dann kann man alle so einmal anklicken, meine Freunde, das sollte easy funktionieren, ich bin echt mal gespannt, ne, wie krass das aussehen wird, äh, wenn wir da einigermaßen fertig werden, also, wir werden sehr, sehr, sehr viele Ressourcen gebrauchen, äh, und, ähm, ja, was soll man machen, meine Freunde, ne, guck mal, da ist wieder, da ist wieder ein Stack weg an Kisten, so, das haben wir jetzt erstmal geschafft, jetzt müssen wir uns um die Steine kümmern, meine Freunde, um die Steine kümmern wir uns erstmal, so, dann gehen wir mal ganz kurz hier so ran, oh Gott, das wird so viele Ressourcen aufbauen, das wird so lange dauern, ne, das könnt ihr euch nicht vorstellen, so, okay, warte mal, äh, hier machen wir Stopp, und genau hier geht's dann wieder weiter zurück, Leute, so baut man das Ganze, es ist halt, mh, ich würde sagen, per se ist es nicht kompliziert, aber, es verbraucht so viele Ressourcen, meine Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen, so, und jetzt machen wir einmal den hier, die ganze Zeit diese Verstärker, okay, jetzt haben wir die ganzen Verstärker gebaut, und jetzt kommen wieder die Redstone Fackeln dran, und zwar so, ja, ich baue immer das lieber zuerst, bevor ich die Hopper baue, dann komme ich so schwierig da dran, meine Freunde, das ist ja auch nicht das Ziel des Ganzen, dann bauen wir hier mal ganz kurz all unsere Dinger hin, und zack, 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 die Lippiter sind da, die Redstone Fackeln sind da, jetzt können wir uns um die Hopper kümmern, meine Freunde, und zwar, wie immer, im Shift, so, auswählen, anders geht's leider nicht, meine Freunde, wir müssen das im Schleichen machen, ich sag immer Shift, weil wie das das Schleichen ist, aber wir müssen halt im Schleichen, damit wir die Dinge auch richtig anweseln können, weil es muss, alles muss ja in die Kisten hinzeigen, ansonsten läuft das Ganze gar nicht, so, 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 Leute, ich würde sagen, zwei Doppelkisten reichen auch, wenn wir da irgendwie zu viele Items von Stein haben, die werden wir auch nicht mehr dann großartig lagern, meine Freunde, so, jetzt habe ich diese ganzen Dinge hier fertig, jetzt müssen wir dieses Dreifachding hier einmal verlängern, ja, bis ans Ende hin, Leute, aber gut, das gute Ding ist, die sind halt, die sind halt miteinander connected, das heißt, da kann man eigentlich ganz gut durchziehen, aber ihr seht schon Leute, guckt mal, wie viele Ressourcen wir brauchen, wie viel Eisen diese Hopper alleine nur kosten, und deswegen habe ich die ganzen Farmen gebaut, Leute, ja, manchmal, da haben die Jungs mich auch gefragt, ja, warum brauchst du denn so viel Eisen, warum brauchst du denn so viel, weil ich will noch eine Holzfarm bauen, ja, Leute, guckt mal, wie viele Kisten das hier gefressen hat, ich habe keine Lust, jedes Mal in den Wald zu gehen, und da eine Stunde lang zu farmen, ja, dann baue ich wieder ein, zwei Stunden lang eine Farm, eine automatische, und dann farbt das die ganze Zeit durch, und ich muss nie wieder irgendwo farben gehen, natürlich gibt es immer Sachen, die man farben muss, wie Redstone, Leute, da weiß ich gar nicht, ob es so eine Redstone-Farm gibt, müsste ich mich mal schlau machen, aber Leute, da habe ich keine Lust drauf, wisst ihr, da habe ich einfach keine Lust drauf, so, und jetzt müssen wir die Dinger hier einmal durchziehen, und zwar so, oh Gott, das wird auch so teuer mit den, mit diesen Kabelsondingern, davon müssen wir auch alle umbenennen, immer wieder diese 40 Dinger, oh, zack, Leute, und dann haben wir das jetzt auch gemacht, und jetzt kommt wieder der teure Part, und zwar das Redstone, Leute, ja, ich glaube, diese Seite werden wir höchstens noch schaffen, weil der Rest, der wird zu teuer, der Rest wird einfach zu teuer, meine Freunde, wir gucken mal, so, oh Mann, ja, hier haben wir noch Redstone, guck mal Leute, wie teuer das wird hier, ich würde dieses ganze Ding hier durchziehen müssen, so, zack, 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 so, ja Leute, ich kann mich eigentlich auch nochmal erkundigen, nicht, dass ich später wieder alles hier abreißen muss, weil ich eigentlich auch Vierer hochgeben will, aber eigentlich müsste eins erreichen, okay, hier habe ich wieder eins vergessen, hier habe ich eins zu viel gemacht, so, meine Freunde, guck mal, guck mal Leute, aber ich finde, das sieht eigentlich schön aus, ich finde es eigentlich ganz nice, so, oh Gott Leute, wieder einmal farben gehen, meine Freunde, da führt leider kein Weg dann vorbei, übrigens, das machen wir hier wieder raus, das will ich nicht hier drin haben, vielleicht mache ich am Anfang hier so Eisen, Gold, Diamanten hin, dass ich das wirklich so einmal hier schön mache, wir müssen halt jetzt nochmal die Hopper wieder nehmen, ja, noch einmal die Hopper nehmen, meine Freunde, so, und jetzt muss ich wirklich jedes Mal hier genauso, zack, 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 das wird so ekelhaft lange dauern, oh, wir müssen halt im Schiff bleiben, damit ich das hier erst so richtig zumachen kann, äh, mein Ziel ist es halt wirklich so viele Items so, die man halt wirklich braucht, ja, ich werde jetzt nicht für, für, äh, eine bestimmte Farbe oder so, ich glaube, ich werde für Farben, glaube ich, eine extra Truhe lassen, äh, dass ich da immer alles mit Farbe reintun kann, weil ich hab, ich weiß nicht, ob ich jede Farbe einzeln nochmal sortieren will, könnte ich theoretisch, theoretisch, machen, ähm, die Frage ist, funktioniert mit Doppelsorting, äh, Dings, soll ich vielleicht sagen, boah, das wäre mal eine wichtige Frage, Leute, warte mal, bin ich jetzt hier, ja, ich mach hier Redstone hin, mach hier einen goldenen Apfel, das wäre interessant zu wissen, funktioniert das Ganze, funktioniert denn das Ganze, so, haben wir hier mal wieder ein bisschen mehr Redstone, ja, Leute, guck mal, ah gut, hier hab ich auch noch Redstone gelagert, das ist schon mal sehr gut, so, jetzt haben wir das ganze Ding hier einmal durchgezogen, jetzt müsste ich mal bauen, so, dass mäßig hier, das anfängt, ja, so, da muss ich mich mal ganz kurz hier, Leute, ich bau mich einfach mit Tisten hoch, so, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier, mein Redstone reinmache, dann müsste das Redstone wieder hier landen, ganz genau, Leute, und so funktioniert doch der ganze Spaß erst, so, warte mal, wenn will ich das so haben, ich glaub, ich mach's lieber so, dass ich dann einmal, hier die Truhe hab, diese Double Chest, wird dann mein, äh, bester Freund sein, die Truhe machen wir hier raus einmal, und jetzt haben wir Redstone hier rein, jetzt landet das Redstone hier, perfekt, ja, Leute, ich hab einen Fehler gemacht, merke ich gerade, und zwar, das ist die falsche Anordnung, ich muss einmal, dann nochmal, also, ich muss hier hoch, aber ich muss einmal so, warte mal, ich baue mal ganz kurz hier so drauf, so, aber ich muss eigentlich am Ende, am Ende muss ich noch was platzieren, Leute, das hab ich wohl verpennt, so, und zwar muss ich hier so einen Strom durchkommen, so, wenn ich eine richtige Erinnerung hatte, Leute, kann auch sein, dass ich gerade wieder kompletten Müll mache, aber damit das hier überhaupt durchgeht, wisst ihr, so, 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 jetzt muss ich hier einmal, hier einmal, jetzt ist die Frage, kommt es unten an, ja, jetzt kommt es unten an, Leute, jetzt läuft das ganze Ding hier durch, 10,222222222, perfekt, meine Freunde, genau so muss das laufen, so, jetzt fließt er hier durch, und dann hier durch, und hier kommt er die ganze Zeit an, hier kommt er die ganze Zeit an, das Redstone hier ist schon einmal komplett weg, hier in 52, guck mal, hier ist 1, hier ist ein Redstone, das sollte eigentlich vollkommen so passen, meine Freunde, und genau jetzt kann ich anfangen, ja, jetzt müsste ich rein theoretisch, jedes Mal hingehen und gucken, 1, 1, 1, 1, das heißt auch, so, hier muss jetzt auch, so, 1, 1, 1, und hier müssen dann 41 dran sein, muss das Ganze, hier sind noch mehr Sachen, meine Freunde, so, und dann muss jetzt rein theoretisch, hier, und 41, so, perfekto, raus damit, und jetzt kann ich hier irgendwie ein beliebiges Item, ich gucke mal, ob ich Goldäpfel machen kann, ja, sagen wir mal jetzt, ich will Goldäpfel reintun, jetzt müsste rein theoretisch, jetzt muss ja rein theoretisch, ja, Leute, guck mal, jetzt kommen hier meine goldenen Äpfel an, ist ein 16 Stack, ah, nee, ist kein 16 Stack, aber ich, aber warum stack das nicht, so, jetzt, ah, weil ich diesen Slap rausgeholt habe, guck mal Leute, jetzt funktioniert das hier mit Goldäpfel, ja, das kann man jederzeit irgendwie anders machen, ja, also ich kann jederzeit aussuchen, okay, will ich das so haben, will ich das so haben, was für ein Item will ich rein machen, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nichts zu falsches sorte, weil dann habe ich diese ganzen Dings einmal weg, gut, dann haben wir hier einmal das Ganze fertig gesortet, und dann muss ich jetzt rein theoretisch überall diese 40 Dinge hier rein machen, Leute, das wird ziemlich viel Zeit kosten, das können wir machen, aber jetzt heißt es auch erst mal zu entscheiden, ähm, what do I want to do als nächstes, so, als nächstes kann ich ja eigentlich hier so sagen, hier, bitte mäßig, na, ich muss da ein bisschen Platz lassen, wegen diesen ganzen Schildern, hier will ich jetzt die nächste machen, ja, sag mal hier, ich will das jetzt hier so sorten, zack, 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 oh, wirklich, manchmal hasse ich mich selber, ne, so, guck mal hier Leute, wir haben ein bisschen hier durch, ja, wir müssen noch ein bisschen Platz lassen, ist das Problem, wir müssen halt noch ein bisschen Platz lassen, meine Freunde, obwohl, na, eigentlich könnte ich hier noch, ich könnte ja eigentlich noch entscheiden, wie lange ich gehen will, ja, ich könnte ja entscheiden, wie lange ich hier gehen will, ich muss erst mal durchzählen, wie viele Items ich jetzt erst mal sortiere, ne, weil das ist ja auch nicht ohne, meine Freunde, und wir lassen am Ende hier, auf der anderen Seite, lassen wir dann so ein Mülleimer da, so ein Müllding, dass wir sagen, okay, da place, dann kommt da alles hier hin, äh, was nicht sortiert werden muss, ja, ich werde mal ganz los paar Schilder holen, so, meine Freunde, und wir werden jetzt hier überall, so Bilder dran machen, meine Freunde, ja, einfach so schöne Bilder hier dran, zack, 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 wer Anzeige machen möchte, bin im Pity, wo wir eine Anzeige machen, meine Freunde, ich will doch gar keine Anzeige machen, so, was ich als erstes machen will, Leute, für mich immer ganz wichtig ist Eisen, ja, äh, hier einmal Eisen, da einmal Eisen, so, Eisen das, und Eisenblock, so, das gleiche mache ich dann auch mit Gold, aber dann kommt hier ein Eisen-Gold-Block hin, hier hin, meine Freunde, ne, ihr wisst ja, wie der Hase läuft, und ich glaube, ich mache die Holzabteilung, mache ich auf der Seite, weil dann will ich alle Holzarten, alle verarbeiteten Holzarten, Treppen und Hive-Slaps dazu machen, und dann vielleicht auch irgendwas mit Sticks oder so, ja, sechs machen wir auch andere Seite, jetzt habe ich hier erstmal Gold und Dings gemacht, so, jetzt rein theoretisch, vom Prinzip her, müsste ich mal hier gucken, da müsste hier 41 sein, dann mache ich hier 41 hin, zack, 41, und da kommt dann Gold hin, hier kommt Gold hin, hier haben wir 41, da machen wir einen Eisen-Block hin, ja, Eisen-Block hin, hier machen wir einen Dings-Block hin, ja, so, da muss ich hier nur kurz abchecken, hier ist Eisen, hier ist Redstone, Redstone wieder rausholen, Eisen da rein, ähm, so, und jetzt Leute, Gold, Eisen, Eisenblöcke, und das andere Eisen ist da drin, das heißt, hier müsste jetzt ein bisschen mehr Gold drin sein, und hier müssten die Eisenblöcke kommen, das Ganze werden wir natürlich jetzt nochmal testen, meine Freunde, ja, das Ganze werde ich jetzt nochmal testen, Aua, Entschuldigung, das war schon schön, das war schon schön, äh, genau, hier meine Eisen, guck mal, wie viele Eisenblöcke ich habe, ja, das müssen wir einmal ganz kurz hier richtig rein machen, und dafür schmeiße ich mal kurz die Sticks weg, das sind die unwertvollsten mäßig, die ich habe, so, und jetzt gehe ich mal kurz hier rein, tue jetzt hier alle meine Eisenblöcke, und jetzt dürfte rein theoretisch vom Prinzip her nichts durchflimpern, sondern alles hier drin stoppen, so, zwei, 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 sehr gut, Leute, und jetzt wird hier einfach alles automatisch gesortet, ne, also, ich muss sagen, das Prinzip ist wirklich nice, ich muss mir jetzt halt nur überlegen, okay, ab hier muss ich dann hochbauen und durch, und dann werde ich hier so einen großen Eingang machen, ja, also ich werde auf jeden Fall ein schönes, großes Gebäude bauen, so mäßig das ist hier, mein so mäßiger Lagersystem ist, wisst ihr, meine Freunde, dann habe ich hier meine Ruhe, ich werde, glaube ich, die Insel per se nochmal hier ein bisschen erweitern, weil ich muss mal kurz nach, oh mein Gott, ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele Items wirklich, aber Leute, ich ziehe mal ganz kurz nach, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, drei, 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 fünf und dreißig, 35 Items wären das, gespiegelt sind 70, und dann muss ich hier nochmal ganz viele machen, Leute, soll ich weiter hierhin raus machen, oder soll ich weiter in die Richtung gehen, hier meine Freunde, ne, das ist natürlich die Qual der Wahl, ich muss ja auch irgendwo ein Ende mal finden, weil, weil jetzt gerade kann ich nur Items reinschmeißen, die in diesem Sorting System drin sind, ja, in dem Sortiersystem, und guck mal Leute, das läuft immer noch, das läuft immer noch, es ist nicht das Schnellste, ich werde mal Riesen Items reintun, dann dauert das ein bisschen, Leute, aber ich denke mal, ich gebe hier Sachen ab, und dann werde ich wieder zurückgehen, und, oh, Diamanten könnte ich eigentlich auch machen, ne, Diamanten könnte ich eigentlich auch machen, und hier 41 ready, dann haben wir hier auch 41 ready, und als nächstes, da kommt Eisenblock hin, oh, lecker, schmecker, meine Freunde, so mögen wir das doch, so, 41, zack, oh Leute, perfekt, und 41, und zack, und hier kommen die Eisen, die Diamantblöcke hin, und hier kommen die Diamanten hin, meine Freunde, und so haben wir jetzt ein Sortingsystem, einmal für Eisen, Ingots, ja, Eisenbarren, Eisenblöcke, Goldbarren, Goldblöcke, die ich auch abholen muss, dann Diamanten, Diamanten und Diamantblöcke, Leute, und das Ganze machen wir dann so, zack, zack, und jetzt, guck mal, jetzt rein theoretisch, guck mal, jetzt muss das Gold aufhören, jetzt müssten hier irgendwann Diamanten ankommen, aber erst mal kommen die Blöcke durch, oder was? Ah, sind Diamanten irgendwo, oh nein, die waren hier stuck, ah, die sind hier gelandet, meine Freunde, verstehe, 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 das war jetzt hier mein Fehler, das wäre jetzt hier mein Fehler, meine Freunde, das heißt, ich muss meine Goldblöcke abholen kommen, irgendwas falsch gemacht, 41, so, okay, hier habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht, ich muss wirklich von zack, da zack, und muss das fertig machen, Leute, das haben wir jetzt gecheckt, ich würde sagen, das bauen wir im Live-Team weiter, ich werde noch ein bisschen auch außerhalb der Aufnahme bauen, Leute, seid gespannt, ich hoffe, ihr habt das Prinzip per se erstmal verstanden, eigentlich am Ende ist es nicht mehr schwer, Leute, ihr lasst jetzt hier den letzten, Hopper macht ihr ihn da rein, in so eine Doppelkiste, dann könnt ihr immer mit Hopper runtergehen, in so eine Doppelkiste machen, ja, das ist eigentlich relativ simpel, ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden, und Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert den Glock regieren, und ich bin mal gespannt, wie viele Items wir am Ende sortieren können, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Armin, ciao!